Sie zeigen uns, wie man Pokémon fängt. Es gibt jetzt nicht mehr diesen Pokémon-Trainer-Dude, der uns zeigt, wie man Pokémon fängt, sondern das macht jetzt hier Lyra. Okay, ich gehe ins hohe Gras, springe ein bisschen und schon habe ich ein Pokémon. 20 Minuten später. Oh, das dauert so lange. 3000 Jahre später. Oh, endlich. War gar nicht lang oder so. Gar nicht anstrengend. Pokémon. Wupp, wupp. So, ich würde sagen, wir laufen jetzt nochmal. Ah, kacke. Wieso, er kommt jetzt in der Nacht gar nicht, ne? Oha. Äh. Hä? Warum? Was? Es ist auf einmal Tag. Jetzt will ich aber auch, dass ein Visor auftaucht. Come on. Come on. Visor soll denn nämlich meins, äh, VM-Sklave werden? Hui. Ist es wei... Das ist okay. Ist es kein Teammitglied zu sich? Ist es wirklich... Da ist es okay, wenn es weiblich ist. Es hat sich erledigt. Eins, wieso? Kann ich... Ah, okay. Didi, 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 didi. Zum Glück ist es mal kein Volltreffer. Das hat mich jetzt getriggert, ey. Beudel. Bälle. Pokémon. Let's wer... Oh, easy. Nice. Was, nicht eben noch Nacht? Oh, was? Leute, ich bin 1 Magier, Leute. Ich sag's euch. I bims 1 Magier. So, Leute. Ich würde sagen, das war's jetzt erst für diese Aufnahme-Session. Für mich. So, ich hab's euch gefallen. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Das nächste Mal wieder. Ouch. Und... Daday! Polerömenim, Freunde. Was geht ab? Wir kommen zurück. So, let's play. Pokémon hat Gold. Wir müssen jetzt nach... Viola City? Ist das Viola City? I don't knoow. Ich glaube, es ist Viola City. Und auf dem Weg dahin können wir uns hoffentlich, vielleicht, unser erstes neues wirkliches Teammitglied holen. Ich hoffe, die erste Folge ist gut über euch angekommen, tatsächlich. Ist ja jetzt... Jetzt ist ja noch... Ähm... Aus der ersten Aufnahme-Session war er jetzt eben noch ein bisschen was drangecuttet. Ich hab mir sehr viel Mühe gegeben beim Schneiden. Und ich fand's eigentlich ziemlich witzig. Ziemlich gut geschnitten. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier vorspule oder nicht. Ich bin nicht mehr noch unschlüssig. Ob ich so Trainer kämpfe, die halt relativ unnötig sind, vorspule. Oder ob ich die so drin lasse. Es passiert ja nichts Wichtiges, abgesehen vielleicht von dem Level ab und dann eine neue Attacke oder sowas. Aber... Also von daher werde ich das schätzungsweise gerade vorspulen alles. Ich hoffe, das geht vom Sound jetzt ein bisschen besser. Ich hab mein Mikrofon jetzt ein bisschen näher rangezogen. Dadurch, dass ich mein Sound, äh, mein Zimmer halt umgestellt hab, hab ich weniger Heilreduktion in meinem Zimmer. Und dadurch kam halt ein etwas krasserer Halt zustande, dadurch, dass mein Mikrofon auch relativ weit weg von mir stand. Aber ich hoffe, das geht so. Jetzt. Ich hab's eben ein bisschen kontrolliert und es klang auf jeden Fall besser. Ich weiß noch nicht, wie es jetzt dann über die ganze Zeit hinwegläuft. Äh, in dieser Höhle, Leute! Hallo? Hallo? Hier finden wir unser hoffentlich erstes Teammitglied. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob es es in der Höhle gibt. Äh. Sieht übrigens, also... Ist das ein Emulator-Bug? Dass man halt... Äh, dass das nicht der komplette Bildschirm schwarz ist, sondern links, rechts, oben, unten so ein kleiner Rand ist? Ich schätze immer, dass es ein Emulator-Bug ist, oder? Äh. Ich kann's jetzt nur noch rausschneiden, so ist ja nicht. Ich hätte gern zu was. Ähm. Okay. Hahaha. Nice. GG, Alter. Hät kein Zuber-Zuber-DePiers. Okay. Das wird gleich anstrengendes Leveln für mich, Leute. Sehr, sehr anstrengendes Leveln. Gut, dass es für euch die Vorspul... äh, dass ich das für euch vorspulen kann. Und da interessiert es mich, schreibt es gerne mal in die Kommentare, soll ich leveln im Gras drin lassen und vorspulen? Für euch? Oder soll ich's lieber rausschneiden? So. Und nur die wichtigen Teile, wie coole neue Attacken, Entwicklungen, äh, etc. drin lassen und reinschneiden. So, was meint ihr? Weil ich hätte jetzt die Idee, ich könnte's drin lassen und halt vorspulen einfach für euch, aber extrem vorspulen. Könnt's natürlich auch einfach lassen und rausschneiden, weil ich weiß nicht, wie viel Zeit das wegnimmt. Ihr werdet jetzt ja gleich sehen, ob ich jetzt rausgeschnitten habe oder nicht. Dadurch, dass ich jetzt nur diesen Trainer hier mache und, ja, zwischendurch mich im Pokémon-Center heilen gehe und, äh, währenddessen Zubat auf Level 9 oder so trainiere, werde ich jetzt einfach vorspulen. Oh, Leute, ähm, Lyra ist da, weil ich in die Stadt gehen wollte, um Zubat zu heilen. Alles klar. Äh, okay, äh, du bist nicht schnell, wenn es einen überholt. Okay, dafür bekommst du jetzt was mir. Kampfkamera, okay. Ich hab mir ne Kampfkamera. Verlaufen, Pokémon-Kämpfe zu dokumentieren, okay. Alles klar. Weiter geht's mit dem Vorspulen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, wir haben jetzt Zubat auf Stufe 8 und Vorregel auf Stufe 11 Zubat ist halt am Anfang echt noch ein scheiß Pokémon, sag ich mal Es ist schwer zu trainieren und echt ätzend zu trainieren Aber es lohnt sich, denn X-Bud ist einfach göttlich X-Bud ist so ein cooles Pokémon Da gab es hier nicht einen Trainer drin? Hallo? Hallo? Okay? Hallo? Irgendwer? Kämpfen? Please? Nee? Nee, okay Zubat ist noch sehr schwach Golbert ist okay Und X-Bud ist halt der Shit Oh, ich liebe dieses Pokémon so sehr mittlerweile Das ist unbelievable Ich liebe es so Da war Zubat oben Da war ein Zubat oben im Bild Wir könnten uns hier einen Nebulak holen, theoretisch, ne? Wir könnten theoretisch einen Nebulak holen. Aber nein, das bringt uns nichts, denn wir können uns später keinen Gengar holen. Leider. Leider, leider. Ah, ich hab die Kampfanimation noch aus. Shit. Ich hab eben fürs Trainieren die Kampfanimation ausgemacht. Einfach, weil's angenehmer war, gerade weil den ganzen Raupis mit Fadenschuss und dem Blutsauger, das ist halt echt anstrengend gewesen. Wie gesagt, wenn Zubat ein Golbat ist, dann geht's jetzt richtig los. So, als Zubat hast du noch keine wirklich guten Attacken. So später dann noch bis... Eckart! Eckart! Aber es lohnt sich, Leute. Ich sag's euch, es lohnt sich. Wir werden Probleme mit Zubat haben. Anfangs. Aber es lohnt sich so sehr. So sehr. Eckart! Setzt Knofenzer ein, sein drittes. Ja, die Kämpfe spule ich wahrscheinlich auch gerade eh vor, also von daher. Wir haben Eckart besiegt. Eckart! Den Eckart haben wir gerade besiegt. Und ich weiß nicht, wie weit ich jetzt gerade schon beim Vorspulen bin. Definitiv schon weiter als Eckart. Und der nächste Gegner ist der weise Helmut. Wie nennt man helles Mammut? Helmut! Hä? 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 Ja. Ha, 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 ha! Würde ich ganz gerne mit Zubat eigentlich machen. Es ist natürlich... Also eigentlich wäre es schlauer, eh, mit Vollriegel zu machen. Weil Pflanzen-Pokémon und Vollriegel ist Feuer und so ergibt Sinn. Ich glaube, ich werde auch, wenn Zubat Level 10 ist, switchen auf Vollriegel und dann die Arena mit Zubat machen. Es dürfte mehr Sinn ergeben, tatsächlich. Superschall geht so oft daneben, ne? Ich bin froh, wenn Zubat irgendwann Konfustrahl lernt. Jetzt mal Jans im Ernte, ey. Im Vollkorn-Ernte. Du Fenster hast. Sie sind einfach nie wirklich verwirrt. Ja, wahrscheinlich sind die im Kopf schon so allgemein so sehr verwirrt, dass so eine Verwirrung nicht mehr wirklich so viel bei ihnen ausrichtet. Äh, anrichtet. Und sie deswegen so gut wie immer ranken hier treffen. Oder Attacken treffen, allgemein. Stand im Original der Typ nicht links neben der Säule und nicht rechts? Oder bin ich... Detlef, hallo! Äh, oder bin ich jetzt... Ne, der stand links. Safe stand der links. Blitz ist eine TM? What? Ach doch, stimmt. Irgendwann wurde es zu TM, ne? Aber ich glaube in... Ich glaube in Diamantperl und so war es noch eine VM, oder? Ne. Ich glaube, ab da wurde es eine TM. Aber es ist gut, weil Blitz war eine scheiß VM. Also wirklich. Schreckliche VM. Ruckzucki für Feuillregel. Das ist nett. Äh, wir lassen den Silberblick vergessen. Rauchwolke finde ich nämlich eigentlich noch ganz nice. Würde ich auch ganz gern behalten, tatsächlich. Ja, der Typ stand eigentlich in der Mitte von der Säule. Also. Ne? Wurde so gesehen von der Säule bedeckt, sag ich mal. Dümpel. Hallo. Er ist die letzte Prüfung. Blablabla. Ähm. Marek. Oh. Weiß nicht ein YouTuber, Marek? Ich glaube schon. Zufall? Ich denke schon, aber egal. Könnte das ein Level 14 für Feuillige sein? Prinzipiell? Je nachdem, wie viele Erfahrungspunkte Huthut jetzt gibt. Huthut Level 10? Ja, okay. Das ist immer noch Level 10. Im Original war es auch Level 10, deswegen. Ähm. Es könnte hinhauen. Und wisst ihr, was das dann bedeutet? Wir haben dann in der zweiten, beziehungsweise ich schätze, es ist mittlerweile schon die dritte Folge, ein Eagle Lover. Cool. Cool, cool. Ich würde es nicht schneiden und normal alles vorlesen, alles erkunden, werden wir jetzt, glaube ich, in der zehnten Folge oder so safe. Wenn nicht sogar mehr. Oder? Geht 10 ist vielleicht ein bisschen krass, weil das wäre dann fast dreieinhalb Stunden Spielzeit, so. Aber schon ein paar Folgen mehr wären wir drin, nicht in der zweiten oder dritten. So eher so siebte oder so. Hey, Feuillige, dann wickelt sich. Das war übrigens ein langweiliger Kampf. Ist schon wirklich easy. Zack. Glückwunsch, dein Vollriegel wurde zu Eagle Lover. Kampfstil ist wahrlich nicht zu mir schnüpprig. Hier, kriegst du eine TM. Zum Glück endlich eine TM und keine VM. Denn jeder hatte gehasst, einen Blitz als VM zu haben. Ja, ich stimme dir zu, Alter, Mann. Stimm dir zu. So wäre das Fluchtseil. Eingecached. Und setzen es auch gleich ein. Da. So, dann würde ich sagen, ab in die Stadt. Und dann beende ich diese Aufnahmesession noch erstmal. Dürfen jetzt insgesamt zwei Parts rausgekommen sein. Je nachdem, wie viel ich halt wegcutte, beziehungsweise wegspeede mit dem Leveln. So, ich habe mich da nicht auf die Zeit geachtet, tatsächlich. Vielleicht wird es auch nur ein zweiter Part. Naja, ich glaube, ein dritter ist auch noch drin. Oder zumindest ein Teil vom dritten. Aber gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bewertet die Aufnahmen, das Let's Play allgemein. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da